Was geht ab, Likaspo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTimeMMA. Die UFC ist jetzt mittlerweile hinter den Kulissen am Machen. Sie wollen einen Kampf für die UFC 281 auf die Beine stellen. Und dort wird vermutet, dass ein Titelkampf zwischen Charles Uliweda und Isla Makhachev direkt auf die Beine gestellt wird. Dieser Kampf wird in Abu Dhabi stattfinden, in der Etihad Arena am 22. Oktober. Der Kampf ist in Bearbeitung. Jetzt muss wahrscheinlich Charles Uliweda einfach nur zustimmen und wirklich sein Go geben, den Vertrag unterschreiben. Und dann wird der Sack zugemacht. In Bezug darauf gab es auch viel Trash-Talk im Vorfeld von Charles Uliweda und von Isla Makhachev, genauso wie von Khabib. Khabib meinte, Islam wird Charles Uliweda reiten, genauso wie er sein Pferd reitet, mit dem er durch die Berge reitet, in diesem Sinne. Und ja, Charles Uliweda fand das gar nicht lustig. Ist er dahinter, hinter der Meinung, dass Isla Makhachev eher jemanden wie Benel Darius erstmal kämpfen sollte, bevor er einen direkten Titelkampf bekommt. Denn er sieht sich deutlich besser als Isla. Er sagt hier ganz klar und deutlich, hey, alles was Isla macht, was er kann, kann ich zehnmal besser. Sei es das Ground Game, sei es das Striking, ich bin zehnmal besser in allem, was er am besten kann. Also ich mache mir gar keine Sorgen, ich habe null Angst oder sonst irgendwas in Bezug darauf. Ich freue mich eigentlich auf den Kampf, wenn er dann mal zustande kommt. Und Charles Uliweda braucht natürlich diesen Confident Boost, er braucht dieses Selbstbewusstsein, um auch gegen Isla im Kampf reinzugehen. Er ist natürlich überzeugt von seinen Skills, ich denke, Isla ist das auch ohne Probleme. Und deshalb werden bei diesem Fight viele, viele Fragen beantwortet. Jetzt hat Charles Uliweda aber auch ein paar Kommentare beantwortet auf Twitter, welches er jetzt aber im Nachgang wieder gelöscht hat, weil er wohl gemerkt hat, Scheiße, ist an die Öffentlichkeit gekommen und das ist nicht gut. Denn viele von euch werden wahrscheinlich Charles Uliweda nach diesem Kommentar haten und kein Fan mehr sein. Charles Uliweda hat nämlich in diesem Kommentar eines Fans eine schockierende Action gestartet. Er hat geschrieben, Good Morning Champion, also der Fan in diesem Sinne. I love you, please kill the... Also ihr könnt es da sehen, insofern, da muss man nicht viel zu sagen, ist schon einfach sehr, sehr geschmacklos in diesem Sinne. Muss nicht sein, so ein Kommentar, muss einfach nicht sein. Und dieser eine Liker, der diesen Kommentar geliked hat, dem es wohl gefallen hat, das war Charles Uliweda. Das hat man jetzt hier im Nachgang gesehen, er hat das Kommentar geliked, stand wohl auch dahinter, hinter der Meinung und ja, hat natürlich dann viel Aufsehen erregt. Charles Uliweda hat den Post wieder runtergenommen und ich denke, er wird auf jeden Fall auch dieses noch oft vor die Nase gehalten bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass Islam und Khabib das auch jetzt irgendwann sehen in den Medien und dann merken, hey, Scheiße, so denkt er also über uns. Da muss man auch nicht mehr so sportlich an die Sache rangehen. Aber ja, ich hoffe, das wird nicht unter die Gürtellinie gehen. Der Trash-Talk bei Charles Uliweda ist eh nie irgendwie deftig am Start. Er geht rein, ist respektvoll und performt eigentlich. Ist ein bisschen untypisch, aber ja, da müsst ihr mir mal auch immer in die Kommentare schreiben. Was denkt ihr über das Ganze? Sagt ihr, Charles Uliweda hat einen Fehler gemacht und bereut es direkt oder sagt ihr, das ist dann echt auch seine Meinung über Islam und das ganze Team etc. pp.? Interessante Sache. Das wär's mit dem Video, Freunde. Ich freue mich sehr auf diesen Fight. Bis zum nächsten Mal hier bei No Time MMA. Bis zum nächsten Mal.